und wir gehen einfach rein und gehen rein und nomsen die weg und wir schmeißen ihn weg weil wir nicht haben und wir gehen rauf da drücken wir noch den heal gar kein problem heute guten mann das game chat es ist schön ich weiß nicht wie die das spielen wer ist wo ist philistix mitte und ubert ac ganz klar was du hast mit den hater machen wir fressen sie auf so muss das okay ich so einfach mitkommen ich hau einfach auf da ich habe ich wollte es macht nicht mit absicht ich weiß es sieht so aus aber ich war im bürzerk modus ich habe nicht mit absicht die minions geklaut das war bria ja das war ich nicht was du kannst auch ja mit der q springe ich auf jemanden rauf ist dann die person mit der w kann ich kriege move ins video rennen hinterher und mit der e kann ich halt stehen bleiben krieg halt reduce damage schon alles in die richtung einfach auf die leona hier und ich komme nicht auf die oma und die nächste auto checken es ist ein geist ich gehe auch wirklich immer alle das tut mir leid ich bin nicht der beste jungler okay ich habe einfach nur bock reinzugehen was spielst du eigentlich wenn du kein jungler bist also meine normalen mainchips die kreis und katerina akali er ja auch ein bisschen aber dies ist so gut zwei bras hier ist wir sind blind pick ich habe gar nichts weiter mich hat das ist eine ganz gute idee was war ganz klar aber wir haben sie sogar noch nein sehr sehr geil naja mf ist exekutiert es ist wirklich ich habe keine drauf oben oh gott scheiße ich glaube ich das trotzdem auch geht durch nicht ich bin auf dem weg für den ist auch noch das wird eigentlich müssen wir für die exilie weiten damit er uns nicht um ein paar müssen und zwar eigentlich so eine gute und mein gott oh mein gott war das gut oh mein gott die ee war so wichtig oh mein fucking gott schön gespielt von uns bei moon shadow das war echt richtig gut gespielt die dachten die kriegen uns aber ich wollte die für den und verwalten deswegen wollte ich halt unbedingt dass wir zuerst in gage und wisst ihr und das war die richtige entscheidung an der stelle wir haben jetzt den turist an aber kann nichts gegen mich machen der gute brian geht doch safety den grump machen oder yes und da haben wir sie jetzt noch weg perfekt haben wir geschafft türe auch wie es an jetzt immer noch hinterher ja also ich konnte sich interaktion ist kein problem eben trotzdem beide mit und wieder w an wie drücken und double kill schönes ding leona du und ich man das ist so schön wenn supporter einfach mit ihm mit laufen weil sie wissen sie haben bock auch feiten guckt euch die leona an schätzt auch scheiße dass gar keine können uns auch dahin gehen ich habe eine figur getroffen lol ich bin für die figur getroffen haben die mf noch protect ist die frage wie drücken und wir haben die band oder auch nicht wir haben das somit sehr gut geist und kira und wieder auf flashen wir drücken und flash das spielen wir gerade sehr sehr angenehm jetzt haben wir zwei kiva und gehen dann in schuhe erst dieses item nicht der fans kämpfer chainsort chimpang chainsort ja das ist auch gut schön mit sch wenn wir es mal einfach so probieren einfach das prinzip wir haben sogar das andere so feuer fertig ich will ich mach einen guten damage an baron actually bitte lockt ihn nicht zu mir bitte nicht zu mir ich will den solo machen 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 okay ich muss helfen oh nein der philip hier scheiße man ich hätte auf die lulu gehen soll erst auf die lulu danach war weg my bad my fucking bad sorry ich glaube ich hätte alle gehen kann gerade ich will jetzt einfach spielen solo ja das ist nämlich möglich die dürfte ich nicht ihr dürfte auch gut dass sie die pflanze ausgelöst hat jetzt nehmen uns wieder ein bisschen hoch ist gar kein problem chat ich bin dabei futter doch den baron ihr müsst die unbedingt abhalten die dürfen nicht wissen dass ich den baron machen nebenbei alles gibt's nicht ne ich bin überhaupt nicht low dafür ich hab ihn das heißt jetzt schon wieder full life ne wir warten noch kurz hin und wir gehen einfach rein und gehen rein und nommsen die weg und wir schmeißen ihn weg weil wir nicht viel nicht haben und wir gehen rauf da drücken noch den heal gar kein problem vor dem guten mann ach das game chat das ist schön und jetzt zurück zum healen und haben damage reduction gar kein problem es ist fein das leben ist schön ich tu mir noch den neuen rap auf und dann komm ich den anderen so baron und verkauf das team dafür richtig ich muss noch rein zu ulten ich glaube das kriegen wir hin oh ja oh scheiße haben wir und jetzt ziehen wir uns dann einen hoch kein problem wir drücken weh auto check alles geil geil ihr könnt alle high youtube sagen gg was war das für ein geiles game schreibt solo baron gefühlt dauernd triple kids richtig geil ине ja hier ja ja ja